Peter Hinze ist ein deutscher Politiker und seit 22. Oktober 2013 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Er war von 1991 bis 1992 parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Frauen und Jugend. Danach von 1992 bis 1998 Generalsekretär der CDU. Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Leben und Beruf. Nach dem Abitur am Siebengebirgsgymnasium absolvierte Hinze ein Studium der evangelischen Theologie an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der kirchlichen Hochschule Wuppertal, welches er 1977 beendete. Nach dem anschließenden Vikariat war Hinze von 1980 bis 1983 als Pfarrer in Königswinter tätig. Peter Hinze ist evangelisch in zweiter Ehe verheiratet und Vater eines Kindes. Partei Hinze war von 1990 bis 1992 Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU. 1992 wurde Hinze als Nachfolger von Volker Rühe zum Generalsekretär der CDU gewählt. Zu einer großen Kontroverse führte 1994 seine Rote-Socken-Kampagne gegen das Magdeburger Modell. Diese Kampagne trug auch dazu bei, die im Wahlkampf in Führung liegenden Sozialdemokraten und ihren Spitzenkandidaten Rudolf Scharping abzufangen und der CDU unter Helmut Kohl den Wahlsieg bei der Bundestagswahl 1994 zu sichern. Gleichermaßen schärfte diese polarisierende Kampagne das Image der PDS. Als Hinze 1998 mit einer Händedruckplakat-Kampagne an die alte Strategie anknüpfen wollte, wurde er aus den eigenen Reihen kritisiert. Hinze wurde für die Wahlniederlage und den Regierungswechsel mitverantwortlich gemacht. Nach zunehmendem Druck aus der Partei trat Hinze nach der Wahl von seiner Position als Generalsekretär zurück. Mit Hinze verbunden ist die Einführung der Frauenquote in der CDU, mit deren Hilfe mehr Frauen in Führungspositionen der CDU kamen. Seit 2001 ist Hinze Vizepräsident der Christlich Demokratischen Internationale und seit 2002 stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Demokratischen Union sowie Vizepräsident der Europäischen Volkspartei. Abgeordneter Seit 1990 ist Hinze Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war er von 1998 bis 2005 Vorsitzender der Arbeitsgruppe für die Angelegenheiten der Europäischen Union der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Seit Januar 2006 ist Hinze Vorsitzender der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Peter Hinze ist stets über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag eingezogen. Bei der konstituierenden Sitzung des 18. Deutschen Bundestags wurde Hinze zum Vizepräsidenten des Parlaments gewählt. Öffentliche Ämter Am 27. Dezember 1983 wurde er auf Vorschlag des damaligen Bundesfamilienministers Heiner Geisler zum Bundesbeauftragten für den Zivildienst ernannt. Am 24. Januar 1991 wurde Hinze als parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Frauen und Jugend Angela Merkel in die von Bundeskanzler Helmut Kohl geführte Bundesregierung berufen. Wegen seiner bevorstehenden Wahl zum CDU-Generalsekretär schied er am 13. Mai 1992 aus dem Amt. Nach der Bundestagswahl 2005 und der anschließenden Bildung einer großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde Hinze am 23. November 2005 zum parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie ernannt. Ab Februar 2007 war er außerdem Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt. Nach der Bundestagswahl 2009 war der Merkel-vertraute Hinze in der neuen schwarz-gelben Regierung als Staatssekretär bei der Bundeskanzlerin vorgesehen, bat allerdings aus privaten Gründen darum, im Wirtschaftsministerium bleiben zu dürfen. Mit seiner Wahl zum Vizepräsidenten des Bundestages am 22. Oktober 2013 schied er aus dem Amt des parlamentarischen Staatssekretärs und des Koordinators der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt aus. Auszeichnungen 2006 Bundesverdienstkreuz Kabinette Kabinett Kohl IV Kabinett Merkel I Kabinett Merkel II Kabinett vanà Kabinett Kabinett Merkel I Kявja Kabinett K conseguir